Von was wirst du noch heiser? Ich möchte, dass du dir mal einen kurzen Moment überlegst. Was noch in deinem Leben ist entscheidend, wo du noch heiser wirst? Ich weiß, dass du vom Singen heiser wirst. Ja, viele werden vom Singen heiser. Es ist ein wirklich gängiges Gesangsproblem. Das liegt daran, dass du keine gute Technik hast. Das sage ich dir jetzt vorweg. Du hast eine schlechte Technik, du hast keine Technik oder es ist keine gute Technik. Und all das führt dazu, dass du heiser wirst beim Singen. Und wenn ich dir in der ersten Stunde alle Hilfsmittel gebe, so wirst du trotzdem noch einen Moment heiser sein. Es hat viele verschiedene Gründe. Erstmal musst du dich dann auf deinen Arsch setzen und dann regelmäßig diese Übungen machen. Denn nur durch die Regelmäßigkeit wirkst du dem entgegen. Zweitens, es muss sich auf dein Muskelgedächtnis abspeichern. Das ist ja eine alte Information. Hier, das bist du und du hast falsch gesungen. Du hast eine falsche Technik, falsche Atmung gehabt, keine Stütze gehabt. Jetzt kommt das neue Ich und das braucht neue Informationen. Das dauert. Das dauert, bis da neue Information am Muskel ist. Bis am Muskelgedächtnis neue Informationen stattfindet. Bis der Muskel versteht, hey, ich muss wirklich jetzt sachte Intensität erzeugen. Ich darf jetzt nicht super viel Druck geben. Ich muss richtig atmen. Du kannst nicht erwarten, dass du in einer Stunde sofort den Konflikt gelöst hast. Du kannst aber in einer Stunde erwarten, dass du weißt, woran es liegt, dass du die richtigen Hilfsmittel bekommst und dass du dann Gas geben musst. Dann musst du dich selber auf deinen Arsch setzen. Ich kontrolliere das Ganze natürlich. Deswegen würde ich sagen, du folgst jetzt am besten diesem Instagram-Kanal oder TikTok oder YouTube. Wir haben extrem wertvollen Content für dich, der dir hilft, in deinem Gesang durchzustarten, deine Gesangstechnik stark zu machen, aus dir einen starken Sänger zu machen. Das ist, worum es hier geht und dir helfen wirklich, dass du deine Ziele erreichst. Deswegen speichere dir das ab. Hashtag starke Stimme, Daumen hoch und du weißt, was du tun musst.